Das Energy Campus Lab beschreibt das Gebäude hier in Bottrop, wo wir mit unseren Studierenden gemeinsam lehren und forschen in der Energietechnik des Gebäudes. Zum Beispiel hinter mir haben wir eine Wärmepumpe, die die Wärme aus dem nahegelegenen Abwasserkanal nimmt, sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt und dann in unser Heizungssystem einspeist. Da können die Studierenden am realen Objekt selber erfahren, was es bedeutet und wie eine Wärmepunkte funktioniert.